Minecraft, ihr seht schon da hinten liegt der liebe Basti schon in sein Bettchen, wir wollen ja eigentlich ins Nether gehen, deswegen nicht langs Nacken, Decke über den Kopf. Genau. Das, was du sagst. Das, was du sagst. Ich brauche euch ja Basti inzwischen ja nicht mehr vorstellen, der ist ja hier inzwischen ein Standardgast, würde ich mal sagen. Ein Standard. Standard. Oh ne, jetzt sag ich wieder, oh, oh, oh. Mann. Mann. Oh. 1,87. Höch nicht. Was? Höch nicht. Du bist dabei. Wir kommen jetzt erstmal nicht mehr raus. ist ja nur das portal gebaut haben dann müssen wir mal gucken entweder sagen wir gehen zum alten spot oder da wo wir uns runter gebaut haben dann vorsichtig sein ob wir vielleicht noch löcher sind und ghasts nicht angreifen ich beschütze uns mal hier vor den ghasts wenn die wieder angreifen sollten bis jetzt scheint es ruhig wieso brauchst du den armen da rein und gibt er mir nichts schade versuch was wert so aua aua ich darf auch noch in links rein auieieieiei meine güte das bringt hier ewig lange dann ich würde sagen ich baue die erste erstmal hier so rüber und du brauchst ein bisschen nach damit es sicherer wird ja so alles klar hätten wir das 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 hat gar nichts gemacht ja ich dachte dass der gast da hinten wieder ströße und hier ist ein endermain also aufpassen ne steht auf deiner seite ja ja ich sehe schon so aber den übergang das war hier erstmal also war bist ne ich bin hinter dir ich bin immer hinter dir wir gucken mal kurz hier ist das rote hat sie auch so auch hier ist rot da hinten ist so türkis oh oh der greift das sich an oh oh jetzt greift das mich an aua aua wie greift das ding nicht an ja ja irgendwie schon ne ne du du nicht nachher gleich rennen uns die ganzen dinger hinterher ja ich bin einfach weg ja es ist einfach so ein das ist ein anderes teil es ist das andere schwein ja egal es ist das anders ah es ist es ist das andere schwein irgendwie es ist das es kommuniziert nicht mit denen warte 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 es ist da wer Ach, die Falle ist zugeschnappt. Warum machen die denn nichts? Du hast doch gewinnt... Ja super, wer geht jetzt zu dem runter? Nee, war nichts. Okay. Ach, du tradest jetzt mit dem oder was? Ja, ich habe jetzt Pfeile bekommen, Nether Quartz. Gibt da noch irgendwas? Ah, was? Was ist das denn? Feuerwiderstand. Uh, Feuerwiderstand. Aber zu werfen, kein Trank. Äh... Brauchen wir nicht. Äh, das ist natürlich scheiße. Brauchen wir Nether Quartz? Brauchen wir das irgendwie? Hm, naja. Für Tränke brauchen wir Sorge. Achtung, Beschuss! Aua. Puh. Hattest du mir nicht direkt erwischt. So. Dann... Ey, 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 ey. What nu? Oh. Da kommen wir rennen mal wieder weg. Über uns, ne? Ja, das ist über uns. Dann rennen wir mal hier lang. Ich brauche gleich mal ein bisschen. Pass mal auf, wenn ich hier abbaue, dass da... Äh, pass auf. ... kein Gas kommt. Äh... Das zum Beispiel. So. Schauen wir uns doch mal hier oben war. Das ist blöd. Äh... Die Dinger machen ein bisschen Schaden. Äh... Äh... Ein bisschen ist gut. Aber wir können uns jetzt zum Glück hochbauen. Warte, ich helfe dir. Warte, ich helfe dir. Warte, ich helfe dir. Aua. Warte, ich werde jetzt mal angezündet hier. Äh... Warte, ich muss noch kurz hier... Inventar wieder ein bisschen umbauen so... So, jetzt hab ich auch wieder ein bisschen was zu snacken. So. Zack. Hier kann man runter. Das ist schon wieder so ein... Da kommt zur Zeit, dass wir das ja wohl schaffen, oder? Ja, Tage! Ja. Oh, ha, noch eins. Jawoll. Was spawnt das eigentlich? Ja? Fleisch. Was? Was? So, gut. Ich dachte, das spawnt jetzt irgendwas Besonderes. Aber anscheinend nicht. Das glaub ich auch einfach nur ein Warzenschwein. Ein bisschen überdimensionales Warzenschwein, würd ich mal sagen. Ist das Gelauster? Ich weiß nicht. Ich weiß wohl schon. Ich weiß es nicht. Pilzlicht. Pilzlicht, aha. Okay, so, da bist du. Ach nee. Ja, einfach wegrennen. Okay. Soll ich hier aufpassen? Schluss, komm zu mir. Ich komme nicht durch zu dir. Ich lege mich dir mal mit denen an. Okay, sehr frei. Okay, anscheinend ergreifen die Dinger die Flucht, sobald du eins tötest. Jetzt haben sie es bei mir gemacht. Eben gerade, so. Wollen wir das kurz zu? Oh oh. Ähm, so. Zurück? Sie versperren mir die Sicht. Warte. Ich guck mal kurz. Wird sagen hier rüber. Inventar, öffne dich. Geht so wie ein Zomerspruch. Inventar, öffne dich. Nice. Ich brauche schon mal hier die Absicherung. Jo. So. Warte, ich baue mal hier den Baum ab. Wenn du bauen kannst. Dann. Aha. Zurückst nix, du. Was? Ich bin trotzdem runtergefallen. Warte. So, knapp gerade. Äh. So. Leut. Ich hab keinen Fallschaden bekommen. Aua. Dann greift mir hier wieder an. Magma-Block wahrscheinlich. Ne, hier ist kein Magma-Block. Leut. Die Dinger können über Lava laufen. Ja. Hattest ja schon blöd. Pass auf. Hattest ja schwarz. Das ist ein Schwein. Äh. Toll. Komm her du. Was ist das? Das steht da oben. Könnte nicht runterkommen. Was? Jawoll. So. Hättest ja mal auch erledigt. So. Ich bräuchte nur noch ein bisschen... Baumaterial brauche ich auf jeden Fall. Nochmal. Ich sechere hier oben schon mal ab. Ja. Das ist schon mal schlecht. Damit hier nichts... Damit hier nichts kommt. So. So. Aber ich muss auf jeden Fall auch was abwahren. So. So. Ach, guten Tag. Guten Tag. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Schmeiß ich auch mal weg. So. Was hast du denn jetzt gecraftet? Na ja, Goldbarren. Achso. Das ist ja gut. Das ist eigentlich... Aus meiner eigenen Sicherheit... Zu meiner eigenen Sicherheit bräuchte ich das Ding lieber zu. Zack. Wenn ich nicht so doof bin und da nochmal reinlaufe. Hier ist übrigens ein großer See. Oh no. Du musst nur eins von den... Du musst nur eins von den Dingern töten. Hier. Was ist denn? Ja. So einfach ging das. Und wo jetzt lang? Jetzt ist die Frage. Ja, das ist die Frage. Oder gehen wir zurück? War da irgendwas? Äh, nee. Hier geht's noch lang? Ach, da geht's auch noch lang. Dann gehen wir doch den Weg, oder? Ja, dann machen wir doch eh schon. Du gehst ihm bis jetzt, ey. Ich muss ihn erstmal ins Tuch, ich muss erstmal hinterherlaufen. So. Ja, hier ist wieder so ein Warzen. Schwein. Äh. Wird. Attacke. So, sag doch Bescheid. So, jetzt. Guck mal. Sehe ich das da hinten richtig, dass das da hinten Säulen von der Netherfestung sind, oder täusche ich mich da hinten? Das sieht gut aus. Nur die Frage. Die wir uns da rüberbauen. Wie wir da am besten. Ich würde mal sagen, hier unten lang irgendwie. Wir können uns da über die Lava bauen, dann, ne? Äh. Hatt' ich auch jetzt so vor. So. Na, schon scheiß. So. Dann ist das doch optimal. Dann haben wir das schon mal. Hm. So, dann müssen wir jetzt noch hier hochlaufen. Das hat mir schon... gut an Höhe gewinnt, um da hochzukommen, so noch. Burg. Hey. So. So. Brauchst du einfach den Block ab, bevor ich da noch draufstehe. Ah. Achso, ja. Wir müssen da drüber. Wir müssen uns hier rüberbauen. Sollte nicht so schwer sein mit zwei Blöcken. So. Oh, Lohne. Oh, Lohne. Lohne. Oh, war das ganz... Äh, ja. Äh. Lohne, wir machen das mal. Kommen wir uns an? Was? Ne, wir sind jetzt nicht. Also, die, die in Flammen stehen, werden uns angreifen, aber... Okay, warte, nur dann. Warte, geh mal weg, dass ich sie schlage. Ich weiß nicht, wie man gegen die Dinger kämpft, das ist das Problem. Wenn, da zu lange raus. Ich bin da zu lange raus. Aber es sind auch nicht wenige da hinten. Äh, bin... Wir bauen jetzt einfach mal hier einen Raum hin. Hm. Ich helfe dir beim Ausbau. Nee, nee, nicht. Es muss symmetrisch sein, warte. Ah. Ist es symmetrisch? Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Ja, sonst passt es nicht. Aha. Okay. Also, pass auf, rechts von dir. Hier ist... Sonst... So, daaaannn. Machen wir so. Ah, nein. Äh, so. Dann. Eins, zwei. Zwei, drei. Zwei, drei. So, das anzünden. Du. Was? So. Jetzt. Jetzt soll ich mal so anzünden, heiße. Ja. Also, ich werde sagen, dass wir definitiv nicht mehr bei uns landen werden. Ich weiß es nicht. Wir hoffen es einfach. Also, also. Nein. Wir sind... Ich habe ja die Karte auf dem Nebenbei. Also, wir sind... Wir werden es ja jetzt sehen. Ja. Selbst wenn. Pass mal auf, gleich mit in der Klippe. Zzzzzz. Na, wo sind wir? Yo. Wir sind im Eisbio hier oben. Du hast ja die Karte, ne? Also, irgendwie früstelt es mich ein bisschen. Tja, hoch. Es ist ein bisschen kalt hier. Auf einmal. Gerade noch im Hochsommer. Ja, Hochsommer war ein bisschen untertrieb, würde ich mal sagen. Das war ja... Das war die Hölle, ne? Im wörtlichen Sinn. Na. Was war? Es ist schon. Ich werde dich tagt zum Glück hier. Ich meine so, ich kann auch hier rüber. Dann kann man hier rein. Oh, komm, man rein, oh, da kann man rein. Okay. Und dann müssen wir nur noch den Weg nach Hause finden. Aber mit der Karte soll das ja nicht so schwer sein. Ja. Dann... Was ist der jetzt? Das ist tatsächlich wie du. Den Boden abbauen. Hm. Aber ich gehe mal vielleicht mal auf Tauchgang, um zu gucken, auf wen ich irgendwie so ein wertvolles Wrack finden. Äh, nein, das sieht schlecht aus. Ja, danke. Äh, Leute. Du musst aber schon zeigen, dass du da unten mit bist. Ich dachte, das hast du gesehen. Nein. Ich will wieder ran gehen. So. Äh. Dann gehen wir wieder raus. Dann müssen wir uns nur merken, wo es ist. Also, übersehen kann man es ja nicht. Äh. Ja. Ich will mal sagen, dass wir uns immer so Orientierungspunkte setzen, ne? Mit diesen roten Dingern. Sollten ja nichts übersehen sein. Aber bevor wir uns auf den Rückblick machen, ist die böse, böse Zeit uns schon wieder im Decken. Jetzt baut das ja hier auch noch ein. You have the high ground. Was machst denn du da jetzt? Machen jetzt. Wir machen jetzt Olympische Winterspiele. Du weißt schon, dass Topspringen zu den Sommerspielen gehört, oder? Sag ich doch. Aber wir sind, äh, wir sind gerade im Winter. Topspringen im Winter, ja, super. Wir sind ein paar Gefroren da. Nee, ich bin zu. Das war gerade sehr knapp. Das hast du nur nicht gesehen. So, dann wissen wir, wo es ist. So, dann müssen wir doch irgendwie ein Leuchtfeuer irgendwie dann später da postieren. So. Dann müssen wir jetzt nur noch gerade auslaufen, so in die Richtung. Ja. Wolltest du nicht gerade abmoderieren? Ja, erst mal einfach runter vom Eis hier. Nicht, dass du noch reinbrichst hier. Bei deinem Olympischen Talent. Bin ich so schwer. Nee. Also, ich hab getroffen, ja. Kann man jetzt irgendwie machen will. Einmal gut, Freunde. Ey. Schlag mich nicht. Schlag ich dich auch. Also gut, Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Reingehauen. Ciao, ciao. Tschüss. Schließ mal bitte den Kopf da hinten. Tschüss 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 mal bitte den Kopf da hinten.